Häh! Heeeeh! Häh! Okay. Jetzt ich Masters bin. Vorher hör' ich nicht auf. ja master wirst du doch nur wenn du unter top 2 prozent bist denkst du auf euch schafft das nicht oder was ich würde es aber nur ausschaffen zu ähnlichen schlecht gibt es doch gar nicht alles zu kommen ja ich habe gerade so jetzt kann unser flying boat ein großer starker araber stehen erhalten sich jetzt abster von der küste nacht okay das muss wir fahren Wir haben noch einen Plan und wir haben noch einen Eko-Bahn gemacht, ja, und das zeigt uns sehr schön, wenn wir essen. die fahrt eigentlich nur auf den tag ist der anfang was in diesen schneegebiet patchen würdest du dir ich über einen yeti freuen nein das passt jetzt eine schneehölle mit die gelten schaden wenn man seiten wechseln weil hier kannst du ein feuer machen du weißt jetzt erst vorher machen dann restaurant bei mir bei wenig ich höre das geräusch aus ja wir haben diesen ladepark ist also das braucht es wieder sie würden dann gehen wir auf diese einsamen insel machen da kurz ein feuerchen oder welche eine linke nicht wenn es vorher nicht geht bei mir das ist wenn man eins bauen würden es war das ja das ist also ich mache es war das selber neu gestoppt da geht es in der kiste entfernt die höhe ist von hier an ich habe es in der kiste was ist die bekommst du komm mal her und ich bin jetzt Ah, so recht leicht. Mmmh, lecker Kekse. Oh Jan, ich glaube, das ist zu steil, was du machst, oder? Nee, nee. Rechts, 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 rechts. Leiter zu steil. Rechts, rechts. Titten. Rechts. Titten. Rechts. Ja. Links. Oh Jan, links. Rechts. Oh Gott, direkt auf Land zu. Oh Gott. 540 Tag. Links, rechts. Hast du denn nichts rechts, oder was? Nein. Na, schau, wie für dich mach. Ich komme nur manchmal durcheinander, wenn ich ein Gegenüber stehe und sei links, mein rechts ist. Lust, schwarz. Weißt du, wir müssen an dem Baum vorbei. Dann können wir hier auch, guck mal. Hier geht es eigentlich auch. Hier geht sogar voll gut. Ja. Sollte ich da nicht, lieber. Nee, ich muss links rein drehen. Was machst du denn? Ich muss links rein. Ja, ich sag mal. Jetzt sind wir auf Land liegen. Hier los. Ja, jetzt können wir. Die Bäume sind hier nachgewachsen, oder? Das ist hier neu. Nein, hier waren wir noch nie. Wir haben noch nie Holz gefällt. Noch nie? Nein, hier waren wir echt noch nie. Wir müssen ja bald gewesen sein, sonst wäre hier nicht überall die Dinger. Die Sticks, die Sticks, was meinst du? Erstmal nicht die Kettenwege nehmen. Nachher locken wir wieder so Viecher an. Die kommen auch so. Nein, im Axt. Ja, ich sag mal. Okay, wenn du meinst. Ja, letztes Mal hat uns die Kettensäge quasi gekillt. Inno, Gott, ich ne. Jojo. Du kannst dich alles auf Sachen schieben, wo du nicht brauchst. Du kannst dich alles auf Sachen schieben, von dem du nicht mal weißt, dass es war. Das machst du ja auch. Das kann alles gesehen werden. Das war, es kam, es kam aus deinem Drecksmaul. Oh, Axt. Das war richtig. Was kam aus deinem Drecksmaul? Ja, genau das. Du stellst dir auch die ganze Theorien auf, die nicht wahr sind. Einmal. Zum Beispiel? Müsste ich einen Haufen oder gucken, aber es gab eine Szene. Eine. Ja, aber dann war es. Gut, die Bäume brauchen noch drei Schläge. Das ist ein bisschen so, oder? Kannst du mit den nächsten Mal um kurz ne Bank machen? Naja. Ich bin auch bei der der Gegend durch. Zumindest echt einer neuen Stelle? Also, die ist in der Nähe von einer anderen, aber das hätte näher dran gehen. Da war man nicht vorher hier. Du weißt nicht, ich weiß noch nicht. Wir waren direkt links neben uns. Also, vielleicht ist es von deiner, jetzt hier von rechts. Da wo du es gerade guckst. Oder sonst ist es links neben uns. Also, warum soll ich dich konzentrieren? Ich weiß schon. Ich check das schon. Ja. Oh, das können wir uns auch hier eigentlich vor mir. Es ist genauso, wie du behauptest, wir haben alle Höhlen erkundet. Ich meine, wir haben alle. Das hast du behauptet. Ja, wir haben, also, wir haben. Haben wir nicht. Wir haben den Tisch-Tänischläger nicht. Haben keinen modernen Buch. Die kenne ich ja nicht. Wer nicht Tisch, denn sind die normale Tänischläger. Also, haben wir nicht alle Höhlen erkundet. Das ist nicht gefunden. Ja, und wo ist die Höhle? Was ist das nicht? Ist das eine neue Sache, oder? Was? Ist das eine neue Sache, oder? Nein, was ist das eine neue Sache? Wenn wir über Tänischläger reden, ich dann nachfragen, ist das eine neue Sache? Auf was das wohl bezogen? Ne, Tänischläger ist ein Zeit-Patch, was ich nur irgendwas da auf ganz am Anfang mit untergebracht habe. Aber da wurde nie unter den Items gelistet. Doch. Damals, ne. Doch, doch. Ich meine, dass diesen Drei, ich meine, dass diesen Drei hatte ich alle Höhlen durch, laut Map. In meinem Dings sind es hier im, früher halt, in der früheren Patches lagen, die sagte nämlich bei hinten, bei den Tisch, bei den Tänischleuten. Ja, da lag der daneben. Bis es hat, wurde halt in die Höhle umgelegt. Wir hatten den super schön gemacht, ne? Ja, und in welche Höhle? Das ist ich doch nicht in welche Höhle. Wo bist du? Da. Hier oben. Ich dachte, du fällst gerade irgendwas. Naja. Ja, vielleicht noch mal. Ja, ein. Wie für sorglich du einfach bist. Hm? Das ist schon... krass. Keine Ahnung, wo du die Paddler wirst. Das ist so, die Bäume einfach auf mich schmeißen. Ich muss noch... Ich für sorglich. Du musst aufpassen, wo du hinläufst. Hier wäre es denn, du mal sagst, Baum fällt. Achtung. Baum fällt. Was machst du da schon wieder? Ja, das ist der erste Eingeborene. Das sind aber nur hungrige, also die Treffen ein Perfekt an. Oh, ich hab... Du hättest auch einer unten. Ich mach unten den weg. Ich hab... Weißt du, mein... Oh, das ist ein 3 gegen 1. Aua. Lola. Eine Prende Medizin, ja. Dann würde ich sagen. Auf, da! Nee, die können... Können wir das auch nicht machen. Wir schaffen. Au. Aua. Einer ist tot. Okay. Einer ist noch, einer ist tot. Einer lebt noch quasi, ne? Ja, der ist bei dir. Den Grau? Ja, ich bin auch traurig gewesen, oder? Bin tot. Ich kann. Also, ich bin niege. Ja, er brennt. Oh Gott, da kommt zwar... Okay, wenn ich hab andere... Ich hab gleich angefangen. Der lebt's lieber. Der lebt ja noch einer. What? Ja, der lebt immer noch. Weil... Feuer macht nicht mehr so viel Schaden. So, wir müssen alles ganz vorsichtig sein, aber ich hab... Wir müssen auf jeden Fall in die Hölle gehen. Ich hab keine Medizin mehr. Oh, nee. Wollt man nicht mehr... Wollt man nicht mehr... Ja, lass uns das Salz wegbringen und dann... Nee, wir lassen uns das alles mitnehmen. Dass wir noch liegen haben. Na, Salz mitnehmen und dann... Wollen sind wir. Allerdings, wenn wir schon dabei sind... Ja, wir sind bei Ihnen. Ah, du alter... Rehjäger. Und... Wir haben's umgebracht. Wo ist denn der andere Eingeborene hin? Wann dreistisch? Ich sehe hier... Ja, ja, ich... Nein, nein, das hat aber eben auch andere gekrönt. Den meine ich. Ja, nur im Hintergrund. Ich schreie auch manchmal ohne Grund. Wo sind die Schrein? Welche, wenn wir es in mir, welches Born? Haben wir alles sonst? Was hier rumlag? Mh, warte. Ja, so wie gesagt, fahren wir noch mal schnell weiter. So, das lohnt noch. So, ja, wie ich mache. Das sieht ja noch nix. Ich soll noch dir das nicht verraut. Ich mach schon. Oh, ich hab ihn gefunden. Oh, ich hab ihn gefunden. Ich hab ihn gefunden, nicht noch. Der Torn... Oh, der Torn... Okay, der hängt den Kleist. Der Torn ist noch. Oh Gott, okay, ist noch einer hinter mir. Die laggen beide irgendwie. Verlasse laggen. Naja, die sind aber... Ganz noch riskant, wenn die nicht angreifen. Okay, man zu der Kettensäge. Einen hab ich. Da hab noch einen. Boah, wie hält der aus? Das ist ein richtiger Tank. Ich mach weiter Holz, ne? Ja, das ist noch... Okay, sind noch ein paar. Soll ich die ablenken und du holst das Holz? Wenn das so funktioniert? Kann ich hin... Äh, das sind jetzt vier Stück. Vier. Ja, das sind alle auf mich prozessiert. Ich lockse weg und du holst das Holz. Das könnte aber einer eventuell sich... Warte, mach's schönen Ton, über die nicht dich genommen. Ich stehe bedrohlich da. Guck mich an. Einer guckt dich an. Okay, guck mich an. Guck mich nicht bedrohlich an. Sei vorsichtig. Okay, der erste geht los. Okay, geht das weiter. Und der erste kommt zu dem... Ne, doch nicht. Einer kommt zu dem jetzt gleich. Hallo, Kollege. Einer kommt zu dem hinter dem... Er kann ich an. Er ist gesprungen. Ich geh rein. Wollen wir jetzt wegfahren? Ich hab glaube, genug, oder? Ich hab vom komplett weg. Wollen wir gehen? Nee, ich bin gut. Ja, warte. Ich gehöre mich drum. Ich hätt mich anwerfen sollen. Wie viel hast du das noch gekriegt? Boah. Okay. Und dann zur Yacht. Kann ich auch singen, oder? Wohl ziemlich da. Ich lege. Oh, also da eh. Oh, wieder zehn Tage. Drei Tage. Ich rege immer? Ich rege immer? Vier! Was vier? Es ist umgesprungen. Oh, in dem Moment? Ja, es ist um dieser Karte nicht da geworden. Oh, das sieht halt irgendwie normal aus. Wir fahren direkt erst nächstes unser Holz weg. Und dann... Höhle war's? Versuchen wir die Höhle. Ja, ja. Wir haben die Karte. Die Karte hilft uns jetzt nicht. Noch nicht. Ah, die Karte hat sich bezertet bei mir. Also ich hab... Ich glaube, ich dürfe die Karte eigentlich gar nicht haben. Bei mir existiert sie auch nicht. Also ich hab's in der Hand. Ja, ich auch. Leer und die fühlt sich nie aus. Also ich soll's nicht haben. Spiel voller Bugs. Das hat schon wieder die Achse voller Blut und nichts getan. Die Immunstiak ist in der Frau drin. Ah ja, ich bin. Die tot ist. Frau, bin wir da. Ich muss meine Freundin gerade nur zusammenschauen. Ich belehre dich mal kurz, ne? Ich nimm gerade auf. Ich bin ein Köln bei. Hm. Hey, wie wir früher sagen können. Ja, ich hab's kontaktualisiert. Gleich sind wir da. Kommt die blauen Pflanzen nicht aus damit? Ne. Das ist der Wässer für zu viel. Das ist Deko. Ach, das ist Deko. Komm, die ruhig. Hi. Hi. Ich bin aus dem Schrank, der zuging, oder ein Eingeborener. Das war ne Tür. Oh, hier ist ein Eingeborener. Ich war meine Tür, Mann. Hinter mir. Wer hat das direkt hinter mir da eingeboren? Ich stelle das schon vor Augen. Du provozierst natürlich wieder alle. Hallo. Hallo. Ich kenne sie immer alle. Habt ihr Spaß? Natürlich. Das ist aber toll. Oh, gleich sind wir unseren Todespunkt. Sorry. Huri. Hast du jetzt, was diese großen Bäume zu bedeuten haben? Ne. Haben die einen langen? Die sind halt dick. Haben die einen langen? Lange ist sie, ja, aber warum bist du auch schon ein bisschen dick? Hast du auch einen langen, Ars? Ne, aber ich finde, ganz normal lang. Du hast keinen langen, Ars? Okay. Wir können eigentlich weiter Holz fällen, ja. Die sind sowieso weg. Sicher? Ja, die sind jetzt woanders. Ja, dann schnappen wir uns noch einen Baum. Dann schnappen wir uns noch einen Baum. Nein, wir können alle holen. Und wir können auch ein paar77-23-25-2012-25-25-25-25-26-25-25-25-26-25-25-25-29-25-25-25-26-27-25-25.